Hey Leute, was geht's jetzt wieder? Jasna, Abustak. Und zwar habe ich ein Geschenk bekommen, das habe ich nicht aufgemacht, weil ich das mit euch aufmachen wollte. Und zwar ist das so ein kleines Paket. Da ist ein Elefant drauf. Und das öffne ich jetzt mal. Das öffne ich jetzt. Und da ist, das ist glaube ich so Slime, so Osterfeier-Slime. Es gibt noch so rot, rot. Und ich habe drei, aber ich habe glaube ich oben bei uns noch eins gesehen. Und ja, das suche ich dann später noch. Wir fangen mit das hier an. Okay, ich mache es auf. Warum hier so eine Tüte ist, ist glaube ich, dass das nicht zusammen klebt, weil wenn es zusammen klebt, sieht es dann nicht so schön aus. Und es glänzt sogar noch, das Genizza, das Schimmer. Das finde ich schön. Und da kann man ganz gut damit kneten. Das finde ich toll. Weil ich nenne das immer so, ich nehme das meistens immer so, wenn ich wütend bin auf die Hausaufgaben. Und es geht auch nicht so einfach auf. Und es kann man, es schimmert auch noch. Es ist auch gut. Es schimmert. Ganz schön. Und dann tue ich das wieder rein. Aber das furzt auch. Und knitschert. Das sieht so aus, aus außen sieht es halt so aus. Und jetzt mache ich es. Ihr müsst es nicht drehen, sondern ihr müsst es einfach nur so zusammendrücken, wenn ihr das kauft, wenn ihr es gesehen habt. und dann bestellt. Mann, das fällt immer von meiner Hand. Und, ähm, weil, und dann müsst ihr nur zusammendrücken. Wenn das so knackt, dann ist es schon zu. Und hier ist das Teil noch in rot. Das habe ich euch gezeigt. Und noch in rot-grün. Und ich mache das jetzt mal, den roten auf. Ja. Aber das sind ja alle beide. Und wenn du das so raus machst, das sieht aus wie ein oberes Ei. Ja. Das sieht schön aus. Damit kann man auch ganz gut kneten. Der Schimmer ist jetzt, glaube ich, rot. Und hier kann man so leicht so auseinander machen. Und wieder so zusammentun. Und dann kann man noch so kleine Förmchen machen. Und ja, Leute. Das war's schon mit dem Video. Auf Wiedersehen. Und da geht's. Ja. Und da hat man auch dafür. Ja.